Ein Jahrhundert Hochwasser, von dem man ahnt, dass es nicht das einzige in diesem Jahrhundert gewesen sein wird. In den Katastrophengebieten hat das große Aufräumen begonnen. Ein Thema jetzt und außerdem lockerer Reigen, warum die Briten trotz hoher Fallzahlen ihre Corona-Maßnahmen aufheben. Und von der Bühne auf die Straße, wie die Mailänder-Skala um neues, junges Publikum wirkt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Tag. Ist es vermessen nach Tagen der...